Musik Wir haben hier die Idee der Stadtvilla neu interpretiert und so überschaubare Einzelbaukörper geschaffen, die wir aufgrund ihrer Größe ganz flexibel tetrisartig auf der Baufläche hier platzieren konnten und so den zukünftigen Bewohnern des Gebäudes hier Einblicke, Ausblicke anbieten können, so dass man hier nicht auf eine gegenüberliegende, lange, breite Fassadenwand schaut, sondern dass man hier immer die Möglichkeit sehr nah auf eine Grünfläche im Außenbereich zu schauen. Und das bringt den Wohlfühlcharakter, den man hier bei einem zeitgewiesenen Wohnen hier meiner Meinung nach anbieten müsste. Das ist ein Wohlfühlschrank. Das ist ein Wohlfühlschrank. Das ist ein Wohlfühlschrank. Das ist ein Wohlfühlschrank. Herr